Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Innenüberwachungskameras mit WLAN-Funktion. Diese Modelle lassen sich also unkompliziert in das eigene Heimnetzwerk einbinden und auch mittels von einer Smartphone-App jederzeit überwachen. Drei starke Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch in diesem Video vorstellen. Da sollte wirklich was Passendes für euch und eure Ansprüche dabei sein. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit den wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Schaut auch nach dem Video gerne mal unten in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr alle weitere Infos zu den Modellen und könnt diese über die Links dort auch gleich bestellen. Außerdem ist in der Videobeschreibung nochmal ein ausführlicher Kaufratgeber zum Thema Überwachungskameras verlinkt, also schaut da unbedingt für alle weiteren Infos mal nach. Ja, lasst uns gleich mal mit dem eigentlichen Video und auch schon der ersten Innenüberwachungskamera mit WLAN-Funktion starten. Vorstellen möchten wir euch hier die TP-Link TAPO C200. Dieses Modell ist für lediglich 30 Euro erhältlich und bietet eine Full HD Auflösung bei der Kameraqualität. Außerdem kommt sie mit einer horizontalen Schwenkbarkeit von bis zu 360 Grad sowie einer vertikalen Schwenkbarkeit von bis zu 114 Grad. Mit diesem besonders breiten Abdeckungswinkel hat man wirklich alles jederzeit im Blick, seien es nun die eigenen Haustiere, Kinder oder etwaige Einbrecher. Auch nachts kann man hier alles noch gut erkennen, da das Modell eine bis zu 10 Meter reichweitenstarke Nachtsicht besitzt. Sollte sich eine unerwünschte Bewegung im Raum abzeichnen, bekommt man hier eine sofortige Benachrichtigung auf das eigene Smartphone. Auch kann die Kamera dann Licht- und Soundeffekte auslösen, die man entweder automatisch vorprogrammiert oder die man auch manuell dann vom Smartphone aus einschalten kann. Über das Smartphone kann man auch weiterhin über die Zweiwege-Audio-Funktion mit demjenigen vor der Kamera sprechen, die Kamera manuell in der Horizontale und Vertikale bewegen, Aufnahmen machen und auch automatisch erstellte Aufnahmen jederzeit wieder abspielen. Das Modell kann Videos und Bilder entweder auf einer SD-Karte oder auch in einer Cloud speichern und insgesamt überzeugt uns die TP-Link TAPO C200 vor allem durch das starke Preis-Leistungsverhältnis. Kein Wunder, dass es sich also auch mit Abstand um das beliebteste Modell im Vergleich handelt. Das Modell hat eine solide Kameraqualität, alle wichtigen Kamera- und Alarmfunktionen und ist für einen außerordentlich günstigen Preis zu haben. Mehr Infos und die Möglichkeit, die TP-Link TAPO C200 zu bestellen, habt ihr über den ersten Link in der Beschreibung. Bleibt auch noch gerne dran, denn zwei weitere WLAN-Innenüberwachungskameras möchten wir euch ja vorstellen aus der Mittelklasse, die ebenfalls recht beliebte E1 Pro von Reolink. Diese WLAN-Überwachungskamera kommt erst einmal mit einer starken Auflösung von 2K, also Super HD. Im Vergleich zu 1080 Pixel bei der zuerst vorgestellten Kamera von TP-Link sind es hier 2500 Pixel, mit denen die Kamera aufnehmen kann. Auch kann sie sehr scharfe 4 Megapixel Bilder erstellen und auch nachts eine hochwertige Sicht von bis zu 12 Metern bieten. Des Weiteren ist das Modell mit sämtlichen Smart-Funktionen ausgestattet, zu denen unter anderem die smarte Personen bzw. auch Haustiererkennung gehören, durch die man in Echtzeit bewegungsgesteuerte Warnmeldungen auf das eigene Smartphone bekommt. Über die zuverlässige 5 GHz Dual-Band-WLAN-Verbindung kann man auch von unterwegs aus jederzeit auf die Sicht und alle Funktionen der Kamera zugreifen. Beispielsweise kann man hier auch über die Zwei-Wege-Audio-Funktion mit demjenigen vor der Kamera kommunizieren oder auch die Aufnahmen sehr flexibel entweder über eine SD-Karte in der Kamera selbst, eine Cloud oder auch einen Receiver von Reolink speichern. Überzeugen tut das Modell auch, da man hier bis zu 12 Familienmitglieder in diese App und damit die Überwachung des eigenen Zuhauses mit einbinden kann und auch lassen sich in der App bestimmte Konzentrationspunkte einstellen. Beispielsweise kann man einstellen, dass das Modell nur in einem bestimmten Bereich überwachen und auch nur aus diesem bestimmten Bereich Benachrichtigungen geben soll. Bewegt sich beispielsweise etwas im Kinderbett, dann wird hier eine Benachrichtigung abgegeben, aber das Fenster, welches die Kamera auch im Blick hat, wird dann beispielsweise ignoriert. Auch ein Zeitplan lässt sich einstellen, dass das Modell durch seine 355 Grad Schwenkbarkeit von alleine patrouillieren kann. Diese Patrouillen-Funktion und ja, alle weiteren interessanten Einstellungen dieser Kamera kann man bei der E1 Pro, wie gesagt, über die Reolink-App einstellen. Auch ist das Modell in einer schwarzen und weißen Variante erhältlich. Alles weitere zu diesem Modell über den zweiten Link in der Beschreibung. Sie hat nochmal die ein oder andere smarte Zusatzfunktion dabei, die uns die Tabo C200 nicht bieten konnte und überzeugt, wie gesagt, durch eine starke 2K-Auflösung. Als drittes und letztes möchten wir euch nun die WLAN Innenkamera 2 von Bosch Smart Home vorstellen. Die überarbeitete Variante von Bosch kommt mit einer ausfahrbaren Full-HD-Kamera, welches ein sehr breites Sichtfeld von 145 Grad ermöglicht. Auch kommt dieses mit einem Dreifach-Zoom- und Infrarot-Nachtsicht. Interessant an dieser Kamera ist zum einen ihr Aufbau und das sind zum anderen auch ihre ganzen smarten Funktionen. Dabei sind hier sehr stark kalibrierte Bewegungssensoren und auch eine Videoanalyse dank künstlicher Intelligenz. Durch diese kann die Kamera Menschen von anderen Bewegungen unterscheiden und gibt auf die App wirklich auch nur relevante Alarme. Auch kann das Modell selbst einen sehr schrillen 45 Dezibel-Lauten-Sirenen-Alarmton abgeben und auch visuell durch ein rotes LED-Warnlicht abschrecken. Diese Dinge können entweder automatisch eingestellt werden, dann gehen sie dank der Bewegungssteuerung an, aber man kann sie auch manuell über die App aktivieren. Außerdem lässt sich der Kamerakopf auch ganz einfach in der App oder per Fingertipp einfahren, womit die Privatsphäre sicher geschützt ist, wenn man selbst zu Hause ist. Dank der Live-Video-Streaming-Funktion und dem integrierten Lautsprecher sowie Mikrofon kann man auch direkt zwischen dem Wohnraum und Smartphone kommunizieren. Des Weiteren überzeugt das Modell durch die Konnektivität mit dem gesamten Bosch Smart Home System. So kann man das Modell mit weiteren Dingen wie beispielsweise Fensterkontakten, Rauchmeldern oder auch Alarmanlagen von Bosch koppeln. Auch ist das Modell mit sämtlichen Sprachassistenten steuerbar und über die App lassen sich hier auch unzählige verschiedene Dinge, wie beispielsweise die Empfindlichkeitseinstellung, ein Patrouillen-Zeitplan oder auch die Aufnahme von Videos einstellen. Mit dem Modell hat man Zugriff auf einen Cloud-Speicher, bei dem man hier viele Clips und Videos abspeichern kann. Gebunden ist aber hier diese Cloud-Speicherung auch an ein Abo-Modell, was man bei der Investition berücksichtigen sollte. Interessant wird die Bosch Smart Home Innenkamera 2, unserer Meinung nach vor allem, wenn man ein generelles Bosch Smart Home System hat und die Kamera noch mit weiteren Geräten des Herstellers verbinden kann. Auch kann man sie gleich im Set mit einer Innen- und Außenkamera bestellen oder auch die erste Variante des Modells erwerben, wenn diese für ein doch ein besseres Preis-Leistungsverhältnis besitzt. Alle Varianten und Modelle der Bosch Smart Home Innenkamera 2 findet ihr über den dritten Link in der Videobeschreibung. Schaut da also unbedingt mal für den tagesaktuellen Preis und alle weiteren Infos nach. Das war es jetzt von uns und unserem Video. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen WLAN-Überwachungskamera.